BEEP BEEP Willkommen zurück zu Land of Zelda The Minish Cap Ich habe jetzt mal eine Lampe bekommen und äh Kann damit Feuer machen Leider haben wir ein bisschen zu viel mit dem Feuer rumgespielt und sind dabei fast gestorben und Ähm, ja, ich gehe auf Nummer sicher und trinke jetzt meine London Milch Ahhhh Halb voll, also wir können die zwei mal trinken Halt aber auch dafür nicht so viel wie eine rote Potion, glaube ich Denke ich Wir sind rückwärts langgegangen, cool Ähm, ja Immerhin hört das Piepen jetzt auf Und eventuell kriegen wir auch heute dann schon durch, weil jetzt, wo wir eine Lampe haben und Feuer machen können Ich meine, was hält uns jetzt noch auf? Nur noch den Weg finden zu allem Das ist das einzige was uns das noch aufhalten kann Das wird nicht passieren Ach, schaut euch mal das hier an Warte, wie muss ich es machen? Seitlich Das war falsch Ne Ja Nein Ah Warte mal So falsch war das tatsächlich gar nicht, ich habe es noch so richtig Ich muss ihn nur ganz rüberschieben Um ihn, um dann hier Ja, doch, doch Komm schon, zack, okay Jetzt rüberschieben Yes, das funktioniert Jetzt Runterschieben Und das zur Seite Und das zur Seite Meine ich Ich glaube, das wäre so richtig Ja, doch, doch Das macht Sinn Ja Zack Wunderbar Heute Alles für Stry hier Hä? Warte mal so stylistisch die Lampe rauslassen Warum nicht? Stört doch nicht Oh, das ist ein Schiebepuzzle Okay, alles muss darüber Okay, aber wir haben nur zwei Achso, Link als drittes wahrscheinlich Okay Okay Ähm Den kriege ich dann nicht weg Den kann ich nur nach links oder nach rechts schieben Hä, wieso kann ich mich denn hier verdoppeln? Wozu? Wozu? Bam Kaputt machen Äh Wo kann der hin? Der ist eigentlich schon mal richtig Aber wahrscheinlich muss ich ihn benutzen Für was anderes? Hm? Also die Felsen hier machen nichts Ich geh jetzt mal nicht davon aus, dass ich die kaputt Schmelzen kann Oder Mit der Bombe erledigen kann Wie mach ich das hier? Oh, ist das schwierig Den krieg ich ja gar nicht raus Oder? Ach, oder Ich muss selber da Warte mal Hey Ich glaube, ich hab das Rätsel falsch verstanden Oh, warte 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 Ich glaube ich hab das Rätsel falsch verstanden Ich dachte ich muss diese Eisböcke benutzen Um die Schalter zu aktivieren Aber nein Ich muss es irgendwie schaffen Hier mit beiden Dings da durch Durch zu kommen Ähm Okay, warte Das gehen wir hin Ich muss überlegen Wohlang Ja doch, hier muss die Kopie sein Bei der Kopie Kann ja wahrscheinlich Durch die Blöcke durch Nur ich halt nicht Nein, 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 nein Nein, nein, nein Es rutscht, es rutscht Gott Nein, da kann er nicht durch Kann er da schnell durch? Jetzt muss ich hier so lange ausprobieren Es ist, es tut mir leid Aber es dauert halt so Unnötig lange Das aufzuladen Ich weiß wirklich nicht, was ich das hier ausgedacht habe Also das dauert wirklich viel zu lang, man Äh 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 Okay Ruhig Ganz ruhig Okay Gut Das kann wir schieben Schön Jetzt kommt hier lang Äh Warum? Achso Zeit ist ausgegangen Okay Aber es ist alles richtig Weil den kann ich doch jetzt da hinschieben Na, habe ich schon mal einen Schalter Glock Genau Okay Dann habe ich es jetzt Ich habe mich noch nicht schnell genug beeilt Ding Und, 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 und Schnell Der ist ganz schnell Aber nicht zu schnell Weil sonst sterben wir Und das wollen wir natürlich nicht Boah, seht ihr wie wenig Zeit man hierfür hat? Aber es geht sogar Es geht sogar Wunderbar Oh Oh Gott, was soll ich ihn hier Äh, den hier schieben Der Äh 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 Boah Joge Krass Äh Äh Ich finde das lustig Mann Geh mal weg, ey Könnt sich auch nicht entscheiden Hä? Ist das falsch? Achso Oh, das ist Okay Nicht schlimm Haben wir zumindest ein bisschen lachen können Ich hasse ich aber am meisten, ey Ich kann dich nicht verbrennen Oder ist noch einer? Oder auch nicht? Oder doch? Das kommt aber noch einer Keine Ahnung Äh, aha Hier kann ich lang? Ein bisschen verwirrt Ah, okay, das kann ich schieben Da habe ich gerade gleichzeitig die Lampe und das Schwert draußen Ah ne, okay Sag ein bisschen so aus Schieben einfach so lange wie es geht Und aber Gehen wir runter Ach man, immer treffen die mich, die blauen sind die schlimmsten, ehrlich Die roten sind super langsam, aber die blauen sind so schnell, das nervt Okay Ah, warte mal, warte mal, karte mal, karte Ich habe es mir schon gedacht, da gibt es noch einen Weg Man kann hier unten lang Nein? Noch nicht? Schauen wir gleich mal Erstmal können wir hier alles anzünden Und ich habe das Gefühl, wenn wir alles anzünden Öffnet sich die magische Tür Hab ich ein Zeitlement hierfür? Wenn ja, ist es großzügig Der Problem, weil ich habe mich jetzt nicht Besonders krass angestellt Jyp 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 Äh Oh, knappes Ding Jyp Ach, nicht ihr schon wieder Und ich muss sie wahrscheinlich kennen Oder auch noch muss ich die kennen Ich kann jetzt Wasser schubsen Yeah Ab ins Wasser mit euch Ich hasse euch so sehr Oder stirb einfach direkt Danke Klingt Manni Ich bin auch schon sehr reich, aber Man kann immer wieder reicher werden Es spricht nichts dagegen Reichts noch reicher zu werden Als man sowieso schon ist Na, Kumpel? Ja, der stimmt mir zu Bestimmt Bestimmt Ja Oh Gott Hilfe, Hilfe Hör auf Äh, ich will doch nur mich hier umschauen Und Herzen einsammeln Und meine Bomben Rausholen Aua Und besser für euch Ja, ich find's lustig, der Pfeil hier so richtig offensichtlich und die Wand auch so offensichtlich, dass man die kaputt machen kann Hier musst du durch Ja, Spiel hab ich verstanden Danke Der Thilopater hilft im Moment noch nicht Bin aber noch nicht sicher Oh, öh Oh, cool Ich kann das hier wegbrennen Cool, gut zu wissen Schnell, schnell Aua Nein Aber den jetzt schnell Äh, der andere Aaaa Ich stecke drin, ich stecke fest Ah, Hilfe Hallo Pfff Oh Gott Hallo, ich Der andere ist im Weg Ok, einen hab ich Jetzt bitte der andere, bitte der andere Schnell, 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 schnell Ah, ich bin so schwach Ich brauch mir so Schwert, man Danke Danke Jetzt piepst wieder Ich glaube, es hackt Ich glaube, es hackt, Jungchen Baaaaaah Stopp Brenn dich ab Hä, was passiert? Tür aufgegangen oder so? Bist du woher hat's? Juuu, juuu Ich glaube, das bringt nichts alles abzufackeln, oder? Wahrscheinlich nicht Ah, ok Ihr habt mich erwischt Verdammt Jetzt habe ich keine Heilung mehr Ich wollte eigentlich viel im Boss aufbewahren, aber Wie denn? Ah ja, das müssen wir noch backtracken Machen wir dann irgendwann danach, wenn's hoffentlich geht Ich muss jeden einzelnen von den killen, ne? Die runterjocken Weil die haben eine Chance auf ein Herz Und das brauche ich sehr dringend So dass ich einen einzelnen Rubin Obwohl ich schon reich bin Ah, feels Batman Und damit meine ich nicht Batman Stimme bitte Danke Juuu Wir zoomen durch Weitrum 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 Dafür brauchen wir zwei Ja, dafür brauchen wir zwei Dann kann man da runter springen Ja, 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 ja Nein Ja Blonk Ah Was ist das, bist du schon durch mit dem Dungeon, ne? Nein, 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 nein Ich will noch nicht durch sein Mir fehlen noch so viele Kisten Oh, das Erz Oh, das Erz Das geschafft, Mike Nun können wir uns das Element nehmen Puh, das war harte Arbeit, Mann Na nur Irgendwas stimmt hier nicht Zu einfach Der blaue Octorock Erlebt uns Natürlich Ah, jetzt ist er rot Okay, normaler Octorock Erlebt auch das eine Wir müssen da hinterher War klar Was soll das denn, ey? Was soll das denn, ey? Was soll das denn? Dieses Krankengespinz Krakengespinz Hat er das Element weggeschnappt? Hä, ich stehe dich so rund um rum, Mann Mike, schnell wie wir es Okay, 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 okay Oh, Herzen Oh, ho, 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 ho Das ist super, wunderbar Freue ich mich Macht mich glücklich Gut, weil jetzt die Der Trank ein bisschen unnötig Teilweise Aber nicht schlimm Hier können wir uns noch lang Hier gibt's noch was Ja Ja, genau Von hier kamen wir Okay, das ist der Anfangsrat Okay, hier haben wir alles Bis auf den Boss Eine Kiste zum Ne, warte, ich stehe auf einer Kiste, ne? Hier, hier sind zwei Kisten Okay Ich weiß ganz genau, wo die letzten beiden Kisten sind Ich werde sie ganz fix holen gehen Okay Ich bin den ganzen Weg wieder hier zurückgekommen Um zwei Kisten zu öffnen Einmal die hier Für 100 Muscheln, okay Weiß nicht, ob das jetzt gut war Kann ich noch nicht genau urteilen Die Muscheln mache ich sowieso erst ganz am Ende des Displays Alle auf Möchte ich Um die möchte ich mich jetzt erstmal nicht kümmern Wenn ich halt farmen muss, dann muss ich später mit mir halt farmen Ist mir egal Oh Oh Ich muss das gar nicht mitbringen Na, ist, 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 auch egal Komm, was soll's Ähm Lampe Blanc Wunderbar Ein Fragment Naja, toll Vielleicht war es ja ein seltenes Fragment Wer weiß das schon Okay Ich meine, jetzt können wir einfach wieder Hier nach oben Ja Weil ich meine, hier oben Rechts War der Ausgang, ne So, ich muss kurz Hier dran vorbei An den ganzen Grattlern So Jetzt Aber Jetzt bin ich wieder An dem Ort, wo ich sein will, habe ich recht Bitte, bin ich jetzt durch Kurz auf die Karte gucken, ob wir alle Items haben Alle Kisten, alles Wir haben alles Warte Ja doch Sogar den Boss Key haben wir Den haben wir ja ganz am Anfang sogar bekommen Also Ja Wir sind hier durch Ich fühle mich das hier weg Ja Mehr oder weniger Entweder den Teleporter oder hier Ich glaube einfach hier lang gehen Schneller, oder? Ja Ist schneller Okay Dann Dann Wenn wir sowieso noch Zeit haben Auf Zum Boss Da ist er Süß Ist eine Pflanze auf ihn gewachsen Oh 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 Was ist mein Problem, Mann? Ich gehe jetzt hier Nee, oder? Oh Die bouncen ja Nicht gut Und die Gehen auch kaputt Ah Warte mal Von den Dekos haben wir es gelernt Abblocken Ja Blonk Blonk Oh Warum ist er auf einmal so schnell? Komm schon Oh Ich muss schneller unterwegs sein Warte Schneller unterwegs sein Das kriege ich hin Ey Was soll das? Blöd, Mann Verdammt, das hilft nicht Na, hol jetzt Nein Komm schon Und was mache ich falsch? Ey, was zum Aua Das war voll viel Damage Ey Was denkst du? Wer Du Bist Okay, äh Nimm das Die kalte Luft auf Und tue das dann wieder zurück Wie wärs, wenn du ein bisschen Feuer aufsammel Okay Feuer, Feuer, Feuer Nein, das hilft nicht Nein Okay, verdammt Ich verstehe den Boss nicht Hm Ja, erstmal Wegrennen vor ihm Ne, ist klar So Der dreht sich aber immer weiter Das mache ich falsch Ich bin nicht schnell genug für den Nein Mann, ich sterbe What the hell? Hallo Hallo Das kann doch nicht sein Vielleicht muss ich mich ja einfrieren lassen Macht das überhaupt Damage, mich einfrieren zu lassen? Warte, ich versuch's mal Ja Jetzt rühre ich mal ein Komm schon Nein Ne, voll Idiot Gibt gar nix zu einem Typ Genau wie ich jetzt gerade Ne, es macht Damage Link sagt ja auch so Aua Ich versteh's halt wirklich nicht Ah Rogen Auf keinen Fall Komm schon Nein Oh Gott Vielleicht muss ich uns einfach nur richtig timen Nachим Seht ihr? Ja Ja Endlich mal erwischt Oh ihr brennt Oh und wie ihr brennt Schöön Sehr schön Brennt Oh, bis am Struggle Okay Was jetzt? Wieder Schild benutzen oder? Ich glaub jetzt wieder, dass man ein Schild benutzen Okay komm Trau dich Trau dich Trau dich Nein, nicht so! So war ich das doch nicht! Verdammt. Oh. Das hätte ich gerne abgeblockt. Aber woher war ich dann? Wo ich Attacke einsetzen will? Nee, falsche. Jetzt. Jetzt ist er aufgepumpt. Jetzt wird er schießen. Ja. Bam. Jetzt nicht mehr? Muss er sich aufpumpen? Oder? Nein. Ah, ich hab's gesehen. Also zurück. Ja, jetzt wieder. Nein, noch nicht. Oh Gott, ich sterbe hier. Ich glaub, den Kampf gewinn ich nicht. Daneben! Nein. Okay. Zauber miteinander macht das nicht, oder? Macht das nicht, oder? Nein. Okay. Jetzt saugt er. Ich glaub, er macht das nochmal abwechselnd. Kann das sein? Nein, macht das nicht. Vielleicht. Ja, jein. Jein ist es wahrscheinlich. Erstmal saugt er. Und dann schießt er wie zwei, drei Mal. Das kann sein. Yes! Okay, okay, okay. Verstanden, verstanden. Jetzt austrägst du irgendwie. Nein! 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 Beim nächsten Mal bin ich tot. Nur das er... Nein, Mann! Das kann nicht sein. Ernsthaft? Ernsthaft? Oh, ja, ernsthaft. Okay, saugt. Jetzt ist er richtig stark am saugen. Komm, schieß! Bam! Nochmal, nochmal! Hö? Was zum... Ne... Rauchwolke. Okay. Ich kann beides aktiv haben. Was zum... Wow, jetzt ist der... Okay, es ist wieder hell. Äh, keine Ahnung. Schwert, I guess? Saugt er erst mal? Ich glaube, er saugt erst mal. Ich gehe jetzt nicht drauf. Ich glaube, er saugt. Tatsächlich nicht. Nicht dein Ernst. Alter, wie oft? Ich dachte, er saugt. Jetzt saugt er 100 pro. Ja, okay, 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 okay. Jetzt, 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 bam. Und? Ey, das ist doch lächerlich langsam. Komm schon. Ich habe ein Viertel Herz. Das gewinne ich nicht. Vor allem, weil ich ihn gerade nicht sehen kann und ich weiß, wo er hinrennt. Alter. Er rennt irgendwo hin. Puh, puh, puh. Ich bin weggebaut, zum Glück. Schießt er? Oh mein Gott, ich habe es riskiert. Ich dachte, entweder er pustet mich jetzt weg und bin tot, oder er schießt. Oh mein Gott, das war viel spannender, als es sein musste. Ein Treffer von einem Bub's kleinen Stein nicht mehr gestorben. Eieiei, ich brauch mehr Heil-Items. Aber wir erhalten das dritte Herz von vier. Oh yeah, das Tropfen-Element enthält die Kraft, Feuchtigkeit zu spenden. Okay, okay. Okay, nett. Heilung! Und ein neues Herz. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön, Freunde, oder? Oh mein Gott, was zum Teufel tue ich mir ja an? Weg hier. Einfach nur noch weg hier. Raus. Ich dachte, mir friert die Nase zu. Was ist das denn? Was ist los? König? Kind. Kind, dass du versuchst, Prinzessin Zelda zu retten. Mein Name ist Gustav. Der König von Hyrule aus ferner Vergangenheit. Komm hierher, zu mir. Dann wird sich ein Weg öffnen. Na no, war das ein Traum? Ein Wiener Sohn? Er sagte, er sei der König von Hyrule, aber... Warte mal, das ist auch gesehen? Dann schau mal auf die Karte, da ist irgendwas Neues. Also, war es doch kein Traum? Lassen Sie mir heilige Schätze das Element übertragen. Auf jeden Fall. Ah, da oben geht's weiter. Wahrscheinlich ein weiterer Dungeon, oder? Aber da oben rechts einfach noch nicht. Na gut, Leute, beim nächsten Mal geht die Action weiter. Wir sind hier lange nicht fertig mit diesem Spiel. Oh nein, das war lange nicht. Aber, das Herzteil, das nehme ich trotzdem mit. Ich gucke mal kurz, ob wir hier noch irgendwas Schönes erreichen können. Bevor ich jetzt aufhöre. Oh ja, hier ist ein neuer Ort. Hier ist ein neuer Ort. Hier ist ein neuer Ort. Hi, Kumpel. Ich bin Maximilian, der wahrhaftigste Meister der Schwertkunst von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Klar doch. Verständlich. Ich lehre dich nun die gefährliche Technik des Energiestrahls. Aber erst beim nächsten Mal. Lass es bleiben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.